Die Resolution Hose ist der Ganzjahresallrounder für die aktive Jagd. Sie garantiert beispiellose Bewegungsfreiheit. Die Resolution Hose wird in Dark Olive und in Handtech-Kamor angeboten. Die Hose wird allein getragen. An besonders kalten Tagen kann man jedoch eine zusätzliche Schicht darunter ziehen. Die Resolution Hose besteht aus einem sehr dehnbaren Double-Weave Material. Die Außenseite aus Nylon ist strapazierfähig. Die Innenseite aus Polyester ist weich und hochflorig. Diese Konstruktion leitet Feuchtigkeit zügig von der Haut weg. Die Außenseite ist DWR behandelt und daher wasser- und schmutzabweisend. Der Bund der Resolution Hose ist am Rücken erhöht, um die Wärme immer zu halten. Der Taillenbund ist mit einem schnell trocknenden Vlies gefüttert. Die Gürtelschlaufen verfügen auch über Schlaufen für Hosenträger. Auf der rechten Seite ist eine Beintasche mit Reißverschluss und integrierter Innentasche aus Mesh. Bei hoher Aktivität können Sie die Ventilationsschlitze an den Oberschenkeln öffnen. Die Knie sind vorgeformt. Die Resolution Hose bietet vollständige Bewegungsfreiheit, Komfort und ist extrem strapazierfähig. Sie ist die perfekte Hose für jeden Jäger zu jeder Jahreszeit. Die Gürtelschlaufen Die Gürtelschlaufen Die Gürtelschlaufen